Herzlich Willkommen bei Filmarchäologie. Mein Name ist Marius Meyer und wir sprechen heute über Medianeras aus dem Jahre 2011 von Gustavo Taretto. Ein Regisseur, der mir, bevor ich den Film gesehen habe, nichts gesagt hat. Dessen filmisches Werk hauptsächlich aus einem Kurzfilm, der eh nicht zu Medianeras, der das Vorstück will, ein paar weiteren Kurzfilme, einen weiteren Langfilm, nämlich Las Insoladas, Sonnenstich besteht und das war's. Und er hat in der Serie Amsterdam, da hat er auch noch ein paar Folgen von gemacht. Und ich bin auf diesen Film gestoßen, weil er in meinem Uni-Programm lief und das war so der eine Film in dem Programm, wo ich mir nicht sicher war, was einen erwartet. Also es war ein Film, der in Buenos Aires spielt und der so als Rom-Com-Komödie mit Drama-Elementen bezeichnet wurde. Rom-Com-Drama war es in der Genre-Beschreibung. Und dass es um die zwei Personen Martin und Mariana geht, die beide in der Großstadt Buenos Aires, man darf nicht vergessen, wie riesig Buenos Aires ist, in dieser Großstadt leben und beide sozusagen die Liebe oder einen Partner suchen. Und wie sie das im Jahre 2011, der Film spielt, auch etwa um die Zeit 2010 so, wie sie in der Zeit versuchen, ja einen Partner in digitalen Zeiten zu finden. Und die wunderschöne Zusammenfassung, die auf IMDb für die Handlung steht, ist folgende. Martin und Mariana sind leicht beschädigte Menschen, die in gegenüberliegenden Häusern wohnen. Ende. Das ist als Handlungszusammenfassung schrecklich. Also es stimmt schon, man versteht als Zuschauer, dass die in zwei gegenüberliegenden oder nebeneinanderliegenden Wohnungen oder um den Block liegenden Wohnungen leben. Das versteht man. Auf der einen Seite lebt Martin, den wir zuerst kennenlernen. Er ist Webdesigner, lebt seit zehn Jahren sehr zurückgezogen in seiner Wohnung und programmiert halt als Beruf. Und auf der anderen Seite ist die junge aufstehende Architektin Mariana, die jetzt nach dem Studium und nach einer vierjährigen Beziehung in diese Wohnung zurückzieht, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat und nun noch nicht aktiv als Architektin arbeitet, sondern momentan Schaufensterdekorateurin ist. Und das Spannende an dem Film ist, dass er nun mal zwei Hauptfiguren hat, die er auch komplett gleichberechtigt behandelt, indem er nämlich in seinen vier Kapiteln, Prolog, ein kurzer Herbst, ein langer Winter und endlich Frühling, in diesen vier Teilen erzählt er immer, was passiert denn Martin gerade und was passiert parallel Mariana gerade. Und wenn man sich das Werbematerial anguckt oder meine Thumbnail, was euch vielleicht so ein bisschen an Where's Waldo hat denken lassen, man merkt immer, ah, es geht darum, dass jemand gefunden wird. Natürlich bei einer Rom-Com oder einem Liebesfilm denken wir immer daran, ah, die zwei Protagonisten finden am Ende zusammen. Das ist ja eine Grunderwartung, mit der man in so einen Film eintritt. Okay, geht es darum, dass sie sich früh finden und trotz der digitalen Medien Probleme lösen, das ist nicht so ganz sicher, weil man das von den, sagen wir mal, Poster und allem anderen nicht so ganz ablesen kann. Aber tatsächlich geht es darum, dass ja, bevor ihre Beziehung beginnt, was passiert in diesem Jahr, wie stehen die Figuren in dieser Zeit zueinander oder wie stehen sie, oder was passiert ihnen, warum müssen sie am Ende zusammenfinden oder finden sie am Ende zusammen. Und das, finde ich, macht der Film ganz spannend, weil er zählt sich in diesen Etappen und jetzt fragt man sich ja erstmal, Medianeras, okay, was ist denn der Titel? Übersetzt heißt das auf Englisch sowas wie Sidewalls. Das sind die Seitenwände von großen Gebäudekomplexen, die eine Vorderseite und eine Hinterseite haben und dann gibt es ungenutzte Wände. Und das wird später noch thematisiert. Aber das Spannende ist einfach, wir haben also jetzt zwei Figuren, die nichts voneinander wissen, die keine beruflichen thematischen Verbindungen haben, die einfach beide nah aneinander leben und jetzt begleiten wir die beiden Leben. Und hier wird es, hier könnte der Film ins Banale abdriften. Ja, jetzt erleben wir seine Probleme und dann erleben wir ihre Probleme. Und der Film garniert das immer wieder mit ganz viel Voice-Over. Entweder erzählt sie von ihrem Leben und wie sie das gerade wahrnimmt und wie sie sich fühlt oder er erzählt von seinem Leben, wie er sich fühlt und wie er es wahrnimmt. Und das Spannende daran ist aber, dass wir, weil sie ja Architektin ist, haben wir nicht nur Martin und Mariana, sondern wir haben auch Buenos Aires als Stadt, die ja einerseits wortwörtlich zwischen ihnen steht, durch die Gebäude, die aber auch immer wieder die Handlungselemente rahmt, weil Mariana auch einem was von Gebäuden erzählt. Und dann haben wir diesen komischen Effekt, ich musste sehr viel an Tati in den Städten, also Playtime denken, wo auch immer die Stadt so als eigener Charakter auftritt. Und das hat auch Taretto gesagt, die Stadt ist nochmal ein eigener Charakter, weil immer wieder nimmt sich Mariana in diesen einzelnen vier Episoden Zeit und redet von der Stadt. Und da haben wir eine ganz spannende Position, weil wir hören etwas über architektonische Mängel oder interessante kleine Fakten über die Stadt und nehmen das alles auf und lernen aber auch gleichzeitig was über Mariana, wie sie ihre Außenwahrnehmung, was sie sucht. Weil das, was die Figuren halt auszeichnet, ist einerseits das Suchende an Mariana, sie sucht einen neuen Partner, aktiv und das wird auch so mit einem Symbol gerahmt, nämlich dem Where is Waldo, also wo ist Walter oder wo ist Waldo, heißt es ja auf Deutsch, dieses Kinderspiel mit dem Buch, wo man mal Waldo sucht, das ist etwas, was sie immer machen wollte. Und dann sagt sie auch am Anfang des Films, ich habe Waldo überall gefunden in meinem Buch, außer in der Stadt. Oh, ah, sie findet in der Stadt nicht die Person, die sie sucht. Hm, na, mal gucken, worauf das wo anspielt. Und da fand ich tatsächlich Martin etwas interessanter, weil man bei Martin, Mariana öffnet sich sehr schnell durch die Architektur und durch das Symbol des Waldos, ist sie sehr mit der Stadt und auch dem Filmthema, der Liebe im Digitalen und der Liebe in der Gegenwart, sehr verbunden oder Liebe im Urbanen. Das sind alles Themen, die sie sehr, sehr offen behandelt und die sie auch alle direkt rahmt. Das ist so, Mariana erklärt uns jetzt die Themen des Films. Martin wiederum ist manchmal ein bisschen weiter von den, also er ist durch seine Arbeit als Webdesigner natürlich viel mehr in dieser Thematik des Digitalen verwachsen, aber er wird manchmal so ein bisschen der Story entrückt. Oh, und Martin geht jetzt mit der Hundeshitterin aus. Oder, ah, Martin wurde verlassen von seiner Freundin, die dann wieder nach Amerika flog. Und das, manchmal ist Martin so, so was wie ein leichter Fremdkörper. Man hätte, man hätte die Story mit Mariana und wie sie durch die Stadt geht, Leute kennenlernt, sexuelle Erlebnisse hat, lustige oder peinliche Dates, was Filmbacken gesehen hat. Das wäre ein einzelner kleiner Film gewesen. Das wäre ein anspruchsvoller, humorvoller Film über die Stadt Buenos Aires und als das Leben der Architekten. Und das, also das, das hätte einen gänzlich anspruchsvoll konventionellen Film gegeben. Aber durch diese Zweiteilung und Martin, der irgendwie so ein bisschen, ja, also Martin, auch, ich habe mir die ganzen Sachen notiert, während halt bei Mariana immer mehrere Sachen passieren. Sie ist im Schwimmbad, lernt dort eine Affäre, nennen wir es mal, sie lernt jemanden bei ihrer Arbeit kennen, sie ist aktiv, sie, es passiert immer was. Ist Martin meistens so passiv zurückgezogen in seiner Wohnung? Was halt irgendwo ein Thema des Films ist, auch die Isolation in der Großstadt, also Isolation in urbanen Gebieten, umgeben von Tausenden, Abertausenden Millionen Menschen, aber trotzdem einsam, ist Martin halt irgendwie, Martin hat am Ende etwas weniger Charakter als Mariana. Das fand ich ein bisschen komisch. Also, sie sind gleich gewichtet von der Menge an Story, es macht auch wirklich Spaß, weil, was der Film versteht, ist es, Szenen bei einer Aufblende mit interessanten Bildmotiven zu starten. Die Kamera ist sehr darum bemüht, obwohl wir uns oft in Wohnungen oder mal vor Gebäudekomplexen bewegen, ist der Film immer sehr darum bemüht, visuell spannend zu bleiben. Da nutzt er Animationen zwischenzeitlich kurz. Warum? Warum nicht? Das hat keine nachvollziehbare Wirkung, das ist kein großer Faden, der sich durch den Film spannt. Es ist einfach kurios. Also man merkt diesen 2011er-Touch, dem Film, sehr an. Die Kleidung, die Art, wie sich die Leute geben, prinzipiell die ganze Attitüde des Films ist sehr frühe 2010er Jahre, manche auch sehr positiv. Und diese ganze Energie, auch diese Schnelle, das geht gut in den Film ein. Die Dynamik des Films, mit seinen 90, ein bisschen mehr als 90 Minuten, ist einfach, der Film ist so darauf bedacht, dir von diesen zwei Figuren gleichzeitig zu erzählen, dass er halt nie ins Schlingern, wenn was mal kommt. Das ist wirklich immer, hier ist meine Handlung mit Mariana, hier ist Martin. Zack, 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 interessante Kameraposition, hier ein bisschen Musik dazu. Der Witz, also der Humor des Films ist, er ist trocken, also es hat keine großen Slapstick-Elemente. Es ist immer so, dass der Humor sehr... Also so habe ich es im Kino wahrgenommen, es mussten nicht immer alle lachen. Manchmal wurde es auch einfach wahrgenommen, als okay, es wurde ein weiterer Witz erzählt. Hm, also so ein bisschen wie das auch so Woody Allen, Woody Allen wird später nochmal im Film referenziert. Man muss nicht immer lauter lachen, sondern man ist immer auf so einer gleichbleibenden Ebene unterhalten vom Film. Und das meine ich auch positiv. Es ist ein Film, den man schön schauen kann, weil er sich auch einfach gut runtererzählt. Ja, Medianeras hat schöne Thematiken, schöne Symbole, vor allem mit dem Waldo-Ding und dem dauernden Voice-Over, dass man halt das Summen der Großstadt, so etwas, was doch thematisch sehr auf dem Film umgesetzt wird, das dauerhaft Lebendige, das Schnelle, das wird so ein bisschen distanziert. Es geht sehr um das Innenleben von den beiden Figuren. Es macht viel Spaß. Ich empfehle euch den Film sehr. Visuell toll, erzählungstechnisch toll, wahrscheinlich ein bisschen verkannt. Ein sehr schöner, sehr schöner Rom-Com. Rom-Dramedy. Dramedy, ja, nenn es wie ihr wollt, aber sehr gut. Und ja, habt ihr den gesehen? Habt ihr den anderen von Taretto gesehen? Lasst ihn so laden. Ich war begeistert, ich möchte unbedingt mehr von ihm sehen. Und ja, bitte schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.